Heute geht es um deine Träume im Raumtalk. Du bekommst die vier Dinge, die du nicht tun solltest, wenn du deine Träume richtig leben möchtest. Bleibe dran! Hallo und herzlich willkommen zu Marias Raumtalk, deinem TV für dich und deine Räume. Mein Name ist Maria Husch, ich bin die Raumexpertin und Gründerin der I Love My Home Community und ich zeige dir hier jede Woche, wie du mit ganz einfachen Maßnahmen deine Träume erfüllst, deine Ziele erreichst und deine Träume so richtig glücklich und erfolgreich gestaltest. Ja, deine Träume, um die geht es heute. Was sind die und du möchtest sie sicher auch leben? In meinen Programmen, in meiner I Love My Home Community, aber auch bei meiner Offline-Beratung ist es immer ein Riesenthema. Wie können wir unsere Räume nützen, damit wir die Ziele wirklich erreichen und unseren Traum leben können? Ja, und manchmal hilft es auch, von der anderen Seite dorthin zu sehen und zu schauen, was sollte ich auf keinen Fall tun, wenn ich meine Träume leben möchte. Ich bin gerade jetzt, wenn du diesen Raumtalk aktuell hörst, im Juli 2018 bei einem großen Kongress als Interviewpartnerin dabei. Der Kongress heißt Träume leben und da gibt es vor allem meine Geschichte und da gibt es natürlich auch jedem meine Tipps, wie wir die Träume in die Räume bringen können und was wir konkret heute schon tun können. In diesem Raumtalk zeige ich dir jetzt die vier Dinge, die du nicht machen sollst in deinem Zuhause, in deinen Räumen, ganz egal wo sie sind. Lass uns gleich loslegen. Das Erste und das ist das Wichtigste, wenn du deine Räume gar nicht ansiehst, wenn du ihnen keine Aufmerksamkeit und Wertschätzung gibst, dann heißt das, du gibst auch dir keine Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Und ganz klar, das wird sich auf deine Träume auswirken. Wenn du keinen Fokus gibst, wenn du dir keine Zeit nimmst für die Dinge, die du erreichen willst und es geht da um kleine und große Dinge. Vielleicht ist nur dein Traum eine Kleinigkeit, eine gelbe Wand im Wohnzimmer, was auch immer es ist. Es können natürlich auch die wirklich Großen sein, wie hier auch ein Segeltörn, was auch immer. Wenn du deinen Räumen Aufmerksamkeit gibst und das machen wir eigentlich in der Einlauf-My-Home-Community, hauptsächlich, das ist die Riesenveränderung, dann kommt viel in Bewegung. Das hat wahnsinnige Auswirkungen. Du wirst größer träumen und deine Räume werden dich unterstützen, das auch wirklich zu erreichen. Also, der erste Tipp, hör auf deinen Räumen keine Wertschätzung zu geben. Übrigens, wenn du starten willst, empfehle ich dir, gleich einen Happy Place anzulegen und dir die Checkliste zu holen. Hol dir die Checkliste für dein Happy Home. Da gibt es viele Dinge, wo du ansetzen kannst und so richtig loslegen. Punkt 2, der zweite Punkt. Wir warten auf morgen, übermorgen, dann irgendwann beginnen wir, unsere Träume zu verwirklichen. Und oft hängt das mit dem Zuhause auch zusammen. Das solltest du nicht tun. Wir warten auf das Traum zu Hause. Wir möchten unser Zuhause jetzt nicht, wir möchten es gar nicht ordentlich einrichten, weil es ist zu klein, es ist nicht gut genug, es ist zu dunkel, zu hell, zu groß, was auch immer. Falsche Gegend, kein Balkon, viele negativen Dinge. Und dann, wenn ich endlich das neue Zuhause habe. Das Warten hat aber noch andere Dinge. Zum Beispiel, dann, wenn ich endlich ordentlich bin. Dann, wenn ich endlich das Geld habe, um eine neue Einrichtung zu kaufen. Dann, wenn meine lieben Mitbewohner endlich ordentlich sind. Endlich die Leuchten montiert haben, was auch immer es ist. Warte nicht, damit deine Träume zu verwirklichen. Du kannst ihn zu Hause heute anfangen, gleich mit der ersten Maßnahme. Punkt 3 ist die Vergangenheit. Wenn so viel Vergangenheit deine Räume, dein Leben einnimmt, dann ist kein Platz für Neues, dann ist nicht Platz für deine Träume. Schau daher durch deine Räume. Wo ist da vielleicht die Vergangenheit viel zu groß sichtbar? Ein Beispiel aus meinem Leben, ich war früher Kontrollerin, das heißt, ich hatte viele, viele Businessbücher und all diese Dinge, Businesszeitschriften, Management und, und, und. Und dann habe ich gestartet mit der Einrichtungsberatung. Und da hatte ich natürlich ein paar Bücher. Aber diese Vergangenheit hat so viel Platz eingenommen. Heute habe ich zwei Bücher aufgehoben von dem Businessbereich. Die schaue ich nie wieder an, aber die stärken mich. Die geben mich die Sicherheit der Vergangenheit, aber trotzdem ist Platz für meine Träume. Da gehört natürlich das ganze Thema Entrümpeln, Ordnung und, und, und zusammen. Ja, im Herbst 2018 gibt es wieder die große Ordnungs-Challenge. Am besten, wenn du in meiner Liste bist, die Checkliste hast, meine E-Mails bekommst, dann wirst du sie auf keinen Fall versäumen. Da legen wir wieder los. Da lassen wir Vergangenheit los, damit Platz ist in den Räumen. Und Nummer vier, wissen deine Räume von deinen Träumen und Zielen. Schau mal, wo sie sichtbar sind. Wo ist der große Traum von einem Jahr Weltumsegelung mit der ganzen Familie sichtbar? Wo gibt es da Bilder, Gegenstände, die dich an den Traum erinnern? An das, was du erreichen möchtest. Je mehr davon in deinen Räumen ist, desto eher wird dich das Unterbewusstsein immer wieder daran erinnern. Und da brauchst du gar nicht darüber nachdenken. Wenn dieses Segelschiff hier steht, wenn das bei dir an einem wichtigen Platz steht, auch wenn du nicht bewusst daran denkst, ah, hier ist jetzt das Segelschiff, ich möchte irgendwann diese Weltumsegelung machen, dann dein Unterbewusstsein denkt daran und wird dich dorthin führen. Und da kann man natürlich mehr machen. Hier immer mein Beispiel. Du kennst diese Themenräume in irgendwelchen Hotels, zum Beispiel in Disneyland. Ja, so ein ganzer Raum voll Pioneers oder Minimaus oder was auch immer. Naja, ein ganzer Raum, jedes Ding zeigt uns dieses Ziel. Extrembeispiel. Aber was müsstest du machen, um aus deinem Zuhause so wirklich voll und ganz einen Themenraum für dein Ziel zu machen? Und wenn du davon nur 10 oder 5 Prozent umsetzt, dann werden dich die Räume auf jeden Fall begleiten. Also nochmal die vier Dinge, die du auf keinen Fall tun solltest. Das Erste, du gibst deinem Zuhause keine Wertschätzung. Gar nicht gut, wenn du deine Träume leben möchtest. Du wartest auf das Traumhaus, du wartest auf die Ordnung, du wartest, bis die Mitbewohner endlich die Glühbirnen auswecklen. Du wartest auf morgen, übermorgen, um dann irgendwann deine Träume zu leben. Das Dritte, die Vergangenheit nimmt überhand, komme hier in Balance. Vergangenheit gibt uns Stabilität, aber zu viel Vergangenheit, zu viele Altlasten, die nehmen den Platz, um wirklich die Träume zu leben. Und Nummer vier, gar nicht gut, wenn deine Träume gar nicht sichtbar sind in deinen Räumen. Also mach sie sichtbar, lege los gleich jetzt. Erzähl uns im Kommentar davon oder natürlich auf YouTube. Du kannst gerne auch meine Dinge auf Pinterest teilen. Komm auf meinen Instagram-Account und Facebook natürlich auch in meine kostenlose Gruppe Glückliches Zuhause. Dort freuen wir uns auch auf deine Bilder von deinen Träumen in deinem Zuhause. Wenn dir dieser Raumtalk gefallen hat, dann teile ihn mit deinen Freunden. Vielleicht inspiriert er sie auch, ihre Träume so richtig zu leben. Und im Juli 2018 mach auf jeden Fall mit beim Träumeleben-Kongress. Übrigens kostenlos. Die Infos findest du alle hier unter diesem Video bei den Notizen direkt auf meinem Blog www.mariahusch.com Zum Abschluss, und das gilt so, so, so fürs Träumeleben, verändere deine Räume, verändere dein Leben, verändere die Welt. Ich freue mich riesig, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020